Frau Wilk, warum sind Sie heute Morgen hier? Also wir sind hier, um auch in Schwerin ein Zeichen zu setzen. Wir sind hier mit unserer Aktion, ohne uns geht nichts. Wogegen protestieren Sie? Wir protestieren nicht, sondern wir wollen die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf uns ziehen. Wir wollen hiermit klar machen, wie wichtig die Reinigungskräfte gerade in der Pandemie sind. Wir wollen, dass Reinigungskräfte ein Gesicht bekommen. Reinigungskräfte fallen in der Regel ja nur auf, beziehungsweise Reinigungsarbeit, wenn ich gereinigt werde, wenn es schmutzig ist. Es wird ja nie jemand sagen, oh, wie schön ist unser Büro oder wie schön ist das Krankenhaus oder wie sauber ist das Krankenhaus, sondern man würde sagen, oh, es ist hier aber schmutzig. Sauberkeit nimmt man als Selbstverständlichkeit. Genau, das ist das. Und Sie merken auch, und dazu zähle ich auch, mir würde auch erst auffallen, dass mein Büro nicht geputzt ist, wenn es schmutzig ist. Und das ist ja eben das. Wir wollen Reinigungskräfte ein Gesicht geben. Das ist unser Ziel. Beziehungsweise die Ausgaben sollen gekürzt werden. Genau, sie sollen um 50 Prozent gekürzt werden. Also das ist aus meiner Sicht einfach ein Unding, so etwas kann nicht passieren. Wie gesagt, im Gegenteil, Reinigungskräfte brauchen gerade jetzt mehr Zeit, weil eben noch desinfiziert werden muss, zusätzlich zu der normalen Reinigungsarbeit. Und es ist ein Unding, Reinigungszeiten noch zu kürzen, was dann ja zur Folge hat, dass es dann zur Überbelastung kommt, wenn dann gereinigt wird, zur Arbeitsverdichtung, Leistungsverdichtung. Und das ist ja etwas, wo wir gerade gegensteuern wollen, gerade jetzt in dieser Zeit. Werden denn diese Sparmaßnahmen zu Arbeitsplatzverlusten führen? Das kann ich jetzt noch gar nicht absehen. Wir kommen ja, wir hoffen ja immer noch, dass es nicht zu dieser Entscheidung kommen wird. Dass es immer noch ein anderes Signal gibt. Das ist ja letztendlich das, worauf wir immer noch ein bisschen vertrauen.